Ja, wir sind natürlich wieder da und wir haben natürlich wieder heuer den ersten Teil des Kaditscher Filmes zu machen, im Sommer Heu zu machen, 1991, denn ich war zwei Jahre ja in Kaditsch und da werden wir natürlich schauen, was wir da so und wie wir das da so alles gemacht haben. Wir sind eine Woche am Heu oben gewesen, wir sind ungefähr auf 1900 Meter und da haben wir natürlich viel, viel gearbeitet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, voilà! So? Schau, der dreht sich noch mal ganz langsam. Die Wurzeln werden wir schon mitbringen. Ja, ja. Irgendwann hat sich ein Fisch gemacht. Was? Ja, das ist ein Semmelkrat. Was? Wenn ich einander rausgehe, dann sieht es, dass keiner gewählt ist. Ich habe den Rat einmal gehabt. Das ist ein Scheißflirn. Das ist ein Scheißflirn. Gut. Du bleibst bei uns stehen. Alles, hätte ich eine Blamage. Ich hätte eine Blamage gegeben. Es ist ein Schuss. Wir müssen das erste Mal durchgehen, oder? Es ist gut. Es ist gut. Es war schlimm. Es ist gut. 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 Es wird gewünscht. Es wird etwas Dischen. Es wird geübt. Es wird jedoch Geld. Wir gucken es mal, die Kabel nachher zu lassen, Es wird alles gut noch geben. Es wird nicht so gewünscht. Jetzt kommen wir auf die Decke rein. Paprika rein. Die Gütze sind noch hinten oben. Die Tate ist auch noch ein Stück. Wie trinkst du? Wie hat noch Platz? Ja, ein bisschen noch. Was steht am Speiseplan? Wie? Kedl und Salat oder Milch? Seid zufrieden? Wollt? Ja. Christus und sein Herrn. Amen. Vaters und der Sonne und der Sonne. So ist Katala. Das gebe ich mir auch noch. Wie bocken sie dich? Lass man aber mit hier essen. Leer muss das denn? Ba, 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 bergen. Na, leer. Das ist die Gasemilch. Das ist die Gasemilch. Ja, man muss wohl alles lernen. Aber die können mich lange schicken. Spezial, so wieder. Die Milch, spezial. Wie ein Bier. Kann ich trinken? Mit Bäumen mag ich, mit den Helden. Nein, jetzt steht die. Ach nein, das ist so wieder in Heimurgie. Nein, ich lasse es jetzt mal. Komm, ich lasse es jetzt mal. Ja, gut, gut. Das ist ja nicht, ich finde. Nein. Kleine Arbeiten. Jetzt gehen wir hin. Es gibt 10 Uhr und 1.00 Uhr in der Länge. Im Bäder, wo der Papi schon im Englischen kennen ist. Es kommt eher gescheitert. Brauchst du die Ausgleichung? Ja, ich kenne das Bienen ja weit. Das ist genug. Die Bienen ist in der Mitte. Die sind in der Mitte. Der ist in der Mitte. Sehr gerne. Was auch so schön heißt. Oh, wie dreht der Herr, Alter. Herrlich habe ich auch gesagt. Das ist mir mal geschmackt. Ja, aber ich bin dann die anderen. Ich bin nicht. Roland, du hast das Schöpfchen. Hä? Das Schöpfchen, dann machen wir es. Nein, nichts, Roland, weg. Wenn es da regnet, dann sind wir nicht. Wenn es da regnet, dann muss man es auch mit dem Appen. Ja, da. Sehr gut. Das ist ein Wartel. Das ist ein Wartel. Das ist ein Wartel. Das ist ein Wartel. Da, habe ich noch mal. Das ist ein Wartel. Hey, haut. Und, 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 und hat der Kapler auf. Kapler auf. Steht, 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 steht sauberst Bier mit drauf. Bier mit drauf. Oh, du wein, ah, du wein, eh, du wein, eh, du wein.